Wir wünschen euch einen frohen 1. Advent! Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs im Biosphärenreservat Bliesgau. Dort gehen wir die Tafeltour Bliesgau. Diese Wanderung hat etwa 16,5 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie dieser heutige Tag so ist, dann bleibt dran. Heute sind wir im schönen Biosphärenreservat Bliesgau unterwegs. Guten Morgen! Kamera, Kamera! Ei hallo, mir laufen gerade die Hänge des Handnägel auf. Gras, frisch gemäht! Spirancen. Achtung! Glocken, medias. Spirancen. 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 Spirancen auf. Spirancen. Spirancen. Ich habe es noch nicht so gut gemacht, aber ich habe es noch nicht so gut gemacht. Zitzen Sollte Das war's für heute. 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 Das war's für heute.